Yo was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hitman 2 sowie statt in dieser mission die zielinie ja ja who cares machen wir mal die zielinie good afternoon 47 my name is this is the annual global innovation motor race miami florida after analyzing the data from reynard's computer the case is clear the providence defectors are robert and sierra nox head of robotics developer cronstat industries a vision re-inventor and technological innovator robert nox has spearheaded cronstat industries to the bleeding edge of technological development his equally brilliant daughter sierra is not only a financial wizard but also a fiercely competitive race car driver with a fiery temper to match cronstat enjoys enormous popularity with global consumers however few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech last year despotic ruler jin po employed prototype cronstat drones against peaceful civilian protesters in the now infamous tanyan valley incident and although it has yet to be proven there is little doubt that the nox is personally broken the deal making them complicit in a war crime it is unclear why the knoxes would betray their masters but likely the fear of being next on the shadow clients hit list has pressured them to cut a deal with the enemy undoubtedly with cronstat industries on their side the militia will increase their attacks tenfold and so our contract obligates us to retire robert and sierra nox and contain the damage they may inflict on providence i will leave you to prepare did it so i would say planung ja sind gut let's go let's do this so i i i i i i i i Ich bin ein Wereniec. Ich bin ein Wereniec. Ich bin ein Wereniec. Willkommen in Miami, 47. Die Innovation Race ist auf ihr letzte Tag. Und es ist auf der Zeit. Einwärts von EGA-Fäntern sind auf die letzte Runde in dieser unvergleichen Runde. Sierra Knox ist expertly piloting ihre Red Kronstadt-Kar. Sie Vater, Robert Knox, rohme den Expo-Bilden, wo Kronstadt-Kronstadt ist ihren neuen Prototypen-Kar. Die Kronstadt RK Mark III hat eine sehr spätigkeit von der neuen Racer-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar-Kar. Moses Lee, die CEO von Kau-Wu, hat einen Dr. Adam macht es unvergleichen. The stakes are as high as they can get. All right, so let's play the ball. Let's go. Let's go, sir. Let's go. 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 Hey, yo, did you find some keys over there? Ah, man, you're a real life-saver. Thank you. Sorry. Was jetzt nicht passieren ist, es darf, dass jemand von da hochkommt. Also 10 auf jeden Fall. Oops. Ah, da wir. Die Runde ist in seiner finalen Runde, 47 So, mal gucken, wie wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Das ist nicht schlimm, was ich gesehen werde. Das ist nicht schlimm, was ich gesehen habe. Was ist das hier? Nein, wir haben es geschafft! Du bringst die Dokumenten? Ich habe die Papier hier. Excellent. Komm mal in. Hab' ein Seid oder was. Ich will Miss Knox know you're here. So far so good, Forty-Seid. Jetzt, wir sehen, wo das Meeting ist. Hier ist ein Mann hier, mit einem Mascot-Outfit, mit einem Appartement mit ihm. Ich will nicht sagen. Ich habe es. Ich werde ihn wissen, dass du bist. Hey, Flamingo-Guy. Miss Knox ist auf der Weg. Grab' ein Seid. Sie wird hier. Sie wird hier schnell wie möglich. Schöner setzen wir uns. Verdammt, kann mich nicht setzen. Scheiße. Ich kann mich nicht setzen. Ich kann mich nicht setzen. Das ist ein Seid. Das ist ein Profesor. Das ist ein Schöneres. Das ist ein Schöneres. Das ist ein Schöneres. Ist es ernst, dass die Mascot-Jandere mich auf похож aufgesetzt? Bist du das! Also, Herr... Ich habe nie gesehen, dass ich dein Name nicht träume. Sie sind für Freunde. Ja. Juste zum Punkt, wenn alle bei uns. Tief bei mir. Where are we going? Ori? Hi. What am I gonna do? Kill you in broad daylight. I just want a bit of privacy here. Not about to do sensitive business like this in front of an audience. Good idea. So just to get this straight, you claimed in your email to have somehow found internal reports that show Kronstadt's involvement in the Tongan Valley Massacre. Sounds about right. Let's be clear. You and I are having this meeting because my father doesn't need to know about this. It's just another undesired distraction. I don't care if the information is true or false. I don't care if it mentions moving money from the Nexus project into Tongan Valley Damage Control, as you claimed in your correspondence. I do care about protecting my father, which is why you and I are now here. I see. Leave me alone for a few minutes, guys. Sure thing, Miss Knox. If you need us, just call. We're right around the corner. So here's the deal. You hand over the documents and leave, and that's the end of it. And you will do that now. So here are the two possible outcomes of this meeting. One, you will leave this place and this country for good, and that will be the end of it. Everyone lives happily ever after. So we have to watch a little bit, we're going to search. We're almost there, folks. Almost. It's time to get your cameras and your phones ready and fire away. Get that killer shot to impress family and friends of them. Speichern mal kurz. There we go. There we go. What are we doing? We're going to take a look at him. I will take a look at him. Hier mal kurz auf Toilette Komm du mal mit mir, das war ja gar nicht so verkehrt Good day to you sir Good day Wo sind hier die Wadet-Samaa Hey, what are you doing? Well, I don't know what to do with him and there's only another one that helps me not further So, where are we now actually? So, let me just look at the map. Let me just look at the map. I haven't seen it yet. Let me just look at the map. 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 Hey, brother. What's up? Nice to know you are here, sir. Let me just look at the map. I can't understand why it is now. So, we are here. We are here almost all over. Ich muss mich hier runter. Danke. Ah, und dann sind wir hier. Kann mich jemand erkennen? Woops. Schussscht! Meine Editorin hat mich für die Geschichte auch ein paar Monate zu holen. Ich habe die PR-Departement geholfen. Wie die fünf Freiburgs, die Runde ist dominiert. Ich habe gehört, dass er die nächste große Sache kommt aus Kronstadt. Aber nur für große Geld. Keine Chance für einen Freund. Das ist ein Schade. Es wäre schön, wenn es eine Geschichte gibt, auf der ersten Runde ist. Dream on, pal. Es ist eine gute Idee. Ich verstehe, dass wir ihn einfach nur aufhören, wenn etwas passiert ist. Keine Chance für ihn. Keine Chance für ihn. Und Nox ist ein genügend Technik-Genius. Er ist wirklich Protektiv an seinen Projekten. Er ist wirklich gut, wenn er sich selbst befinden. Er ist einfach nur aufhören. Ich würde mich nicht aufhören. Wenn es etwas geht, dann sehen wir ihn hier nachher, wenn ich ihn hier in der Zeit habe. Ich habe ihn hier aufhören. Ich habe ihn. Nox trusts no one to fix his car, but him. Hmm. Perhaps it's time to poke around under the hood, 47. They do say one should never mess with another man's wheels. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I don't know. Nox ordered them to put it here, so they asked me to put it here. So I just did that. Not touching it again. Sounds like a good idea. Let's go. 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 Ich kann ihn theoretisch nicht verschwinden lassen. Woa, bitte! Woa, ich kann ihn fuhren? Ich würde sagen, das sollte Nox's unvergültige attention bekommen. Was ist der Motorrad? Grüezi, Sir. Back off a little bit, buddy. Du hast mich angefangen. Was ist der Motorrad? Was ist der Motorrad? Let's just try to get this started again. Well, that doesn't sound good. Better call Knox. Mr. Knox? Yeah, it's Smith from down at the Expo. Listen, the Mark III is making some, well, just odd noises. Uh, can you come? Great. Alright. Yeah, yeah, I'll be here. Howdy, partner. I swear to God, if someone's been tampering with the car, heads will roll. I need you to get in the car. Don't touch anything until I tell you. It shouldn't behave like this at all. Try the engine, Smith. Alright, try it now. This should work. Ah, here we are. Just a loose wire back there. Just reattach it. Good. Hit it, Smith. Right, that's it. Smith, do you see anyone, and I mean anyone, messing with the car you call me? Can you hear me? May we mention that it's been a cliff? Virtually impervious to small arms flyer, and now this unit can be upgraded, eventually replacing the standard tracksman. Looking good, man. Looking good. Just imagine. There they are. Oh. Why is the engine off? Why is the engine off? Well, let's try to get this started again. There they are. Well, that doesn't sound good. Better call Knox. Nox. Mr. Knox? Yeah, it's Smith from down at the Expo. Listen, the Mark III's making some... Well, just odd noises. Uh, can you come? Great. Alright. Yep. Yeah, I'll be here. Cool. 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 Okay, I come to... I swear to god, if someone's been tampering with the car... Heads will roll. I need you to get in the car. Don't touch anything until I tell you. It shouldn't behave like this at all. Try the engine, Smith. Alright, try it now. This should work. Ah, here we are. Just a loose wire back there. Let me just reattach it. Good. Hit it, Smith. Alright, man. That's it. Hä, wieso geht das denn nicht? Warum klappt das denn nicht? Hä, ich kapier das nicht. Hä, warum ist die Entschung auf? Aber warum klappt das nicht? Ich weiß nicht, ich werde hier sein. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert? Okay. 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 Das ist nicht so, dass er das nicht so ist. Probieren den Motorrad, Smith. Alright, probieren es jetzt. Das sollte funktionieren. Ah, hier sind wir. Ein bloßes Wärme da. Reattach es. Ich habe keine Ahnung, ob uns ne geht. Ich habe keine Ahnung, ob uns ne geht. Du hörst mich? Ich muss anders gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es muss anders gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es muss anders gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es nur geht. Ich habe keine Ahnung, ob ich den beseitigen soll. Guten Abend, Herr. Warte mal, wieso gehe ich hoch? Ich muss runter. Wie geht es, Herr? Auf jeden Fall keine perfekte Mission von mir. Und zwar bei weitem nicht. 19.000. 1 von 2. 1 von 2. 1 von 2. 1 von 2. 2 von 2. 1 von 2. 2 von 2. Dann überspringen wir mal. Der Netz. Montreuil, wir bleiben operativen, Panik ist spreading, und jetzt sind wir unsere eigene? Nox war ein Traitor. Er würde eine Inhalte verletzten. Und er wird nicht die letzte. Das ist genau das der Mann will. Wir brauchen die Krankheit, nicht die Symptome. Und ich habe nur die Hand für den Job. Genau. Die Bärnwüldin. Erich Söder hat dich über sie gesagt, nicht wahr? Der Krusader. Ich kann das, Frau Bärnwüldin. Jeder will die Macht, bis du ihnen ein wenig geben. Und du solltest du wissen. I.C.A. spricht der Mannes. Wir brauchen sie. Und wenn wir nicht. Wir crossen die Brücke, wenn wir da sind. Fakt ist, wir sind shadowboxing. Wir müssen wissen, wer wir gegen. Ich war das. Der Name ist Lukas Gray. Der late Mr. Cobb's Head of Security. Cobb war Ground Zero. Der erste von unseren Operativen zu sterben. Es muss sein, einer seiner Staff, jemanden mit Militär trainieren und Zugang zum Flugzeug. Ja, erinnert auf die Brücke. Grey ist ein mercenärer. Ein Veteran von jeder Tragedie der Nachwärmung auf der 5 Uhr. Die Nachfolge, Chechnya, Sierra Leone, die Liste weitergeht, aber bevor 89, nichts, keine Rekord eines Kindes. Komm schon, CIA, KGB, viele Spiegel kamen. Nachdem die Kürtchen geöffnet wurde, habe ich eine sehr breche Net. Lukas Grey, einfach nicht existiert. Wenn ihr alle recht gut gemacht habt, dann kann ich nicht wo er kam. Ich möchte nur eine Sache wissen. Wie weiß er von uns? Ich versuche zu Gott, diese Harts- und Flowers-Krappe wird uns beide getötet. Siehst du nicht? Ihr so-called Freund arbeitet für sie jetzt. Er ist nicht der Mann, du kennst. Das ist auch seine Kampf, Olivia. Auch wenn er das nicht wahrnimmt. Wie es oder nicht, 47 ist unsere letzte und einzige Leid auf den Partnern. Er muss erinnern. Er kommt für uns. Und wie du? Er wird nicht wunderschön. Er wird nur in die Mitte. Rika, ich brauche ein Geist. Ich brauche ein Geist. So Leute, wir machen mal hier einen Folgen-Break, bis zum nächsten Part von Hitman 2, bis dahin, haut rein und tschüss.